Herzlich Willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlich Willkommen, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und diesen Podcast auch schon abonniert hast. Vielen Dank mal dafür. Ja, heute geht es um das Thema Führung oder vor allem, was macht eine gute Führungskraft aus? Was macht überhaupt eine gute Führungskraft? Was ist überhaupt eine gute Führungskraft? Und da möchte ich dir ein paar eigene Erfahrungen mitgeben, ein paar Gedanken vielleicht auch mitgeben, die hoffentlich auch noch vielleicht interessant für dich sein könnten. Ja, mal grundsätzlich zum Thema Führung. Ich selber habe interessanterweise schon recht früh Führungsaufgaben erhalten. Das ist irgendwie noch spannend. Sehr, sehr früh. Vielleicht auch inspiriert oder auch, ja, weiß nicht, ja, vielleicht inspiriert oder irgendwo angeregt durch meinen Vater, der ja Bergführer war. Und Skiführer und Führung natürlich da quasi schon immer ein großes Thema war, natürlich auch in der Familie durch den Vater. Jetzt mal ein paar Gedanken auch mal dazu, jetzt abgesehen vom Bergführer, wobei das auch sehr viele Analogien auch hat, wo man sagen könnte, doch, das kann man eigentlich übernehmen aus dem, aus der Bergführerei sozusagen. Und zwar braucht es zwei Punkte, ja, zwei, zwei Punkte. Und der erste Punkt wäre die Frage, wo stehe ich, wo bin ich heute? Und der zweite Punkt ist, wo will ich hin? Ja, das habe ich zum Beispiel auch im Navigationssystem. Da muss ich auch mal definieren, wo bin ich überhaupt? Also wo ist mein Ort, also wo stehe ich gerade? Und der zweite, das ist dann der Zielort, ja, wo will ich überhaupt hin? Und diese zwei Punkte, also die zwei Orte, die müssen klar definiert werden. Sonst hat auch das Navigationssystem auch ein bisschen ein Problem, respektive man merkt es dann, wenn es dann heißt, bitte wenden zwischendrin. Und auch da kann man natürlich das missachten und dann kommt man schon irgendwie mal an, aber vielleicht ist nicht gerade der optimalste Weg dahin. Ja, und Führung, bei der Führung geht es ja dahin, mit der Frage, also geht es darum zu sagen, wie komme ich vom heutigen Standort, wo ich heute bin, wie komme ich zum Zielort? Jetzt habe ich das Navigationssystem, wo mich führt, ja, dann läuft das digital sozusagen oder ich habe auch eine Führungskraft, die mich dahin bringt, wo ich will. Also nicht, ja doch vielleicht ich auch, aber vielleicht auch das Unternehmen, wo dann definiert, wo wir hin sollen, ja. Also die zwei Punkte, wo stehe ich und wo will ich hin? Jetzt gibt es ja vielleicht Leute, die sich extrem stark mit der Sache auseinandersetzen, wo sie stehen, was sie machen, wer sie sind und sich nur darum kümmern. Ich glaube, das ist, ja, man muss halt dann eine gewisse Balance finden, vielleicht auch da nicht zu viel oder nicht zu detailliert, sondern einfach auch mal klar festzulegen, wo man steht, aber dann auch sich zu überlegen, okay, wo will man tatsächlich hin oder wo ist der Zielort und was ist das Thema? Also ich glaube, es ist wichtig, dass man es einfach klar definiert hat. So, ja, und das ist mal, glaube ich, soweit verständlich. Dann das andere Grundgedanke, wo ich vielleicht noch mitgeben möchte, ist, es gibt viele, auch Kandidaten bei mir, die sagen, ich möchte gerne eine Führungsfunktion übernehmen. Ich habe noch nie geführt, aber ich würde gerne. Hm, interessant. Und warum hast du noch nie geführt? Wieso kommst du jetzt darauf, dass Führung genau das Richtige ist? Warum stelle ich die Frage? Weil meiner Erfahrung nach ist es so, dass Führung nicht gesucht wird, sondern Führung kommt auf dich zu. Was heißt das? Also bei mir sehe ich es klar, also ich kann es bei mir ganz klar sagen, ich habe es nie gesucht und immer bekommen. Das heißt, es ist immer auf mich zugekommen und hat immer gefragt, Christoph, kannst du das übernehmen oder bist du bereit, hier den Vorsitz zu übernehmen oder eben auch diese Funktion einzunehmen oder die Rolle der Führungskraft zu übernehmen? Und ich habe dann meistens dann auch zugesagt und habe es dann eben auch gemacht und bin natürlich dann daran auch gewachsen. Aber ich habe es selber aktiv so nie gesucht dann für sich. Ja doch, auch einmal, als ich dann keine Führung mehr hatte, da wollte ich es wieder haben, ganz klar, und da habe ich es auch wieder bekommen. Also grundsätzlich sollte die Führung mal auf dich zukommen. Gut, jetzt würdest du sagen, die kommt aber nicht auf mich zu. Ja, aber dann ist es vielleicht auch wichtig, dass du dich auch als Führungskraft auch präsentierst, dass man auch merkt, dass du Führungsqualitäten hast. Und was ist, wie merkt man das überhaupt, wie merkt man, dass du Führungsqualitäten hast? Ich glaube, ganz einfach, indem du etwas bewegst, indem du Bewegung erzeugst, indem du motivierst. Also Movare heißt ja auch bewegen, das heißt hier Bewegung erzeugen, Menschen bewegen können, Menschen voranbringen können, das ist irgendwo ein Zeichen für Führungskraft. Und was braucht es bei der Führung? Also wie schon gesagt, ich glaube, klar, zuerst einmal ist das Ziel zu definieren. Wo wollen wir überhaupt hin? Das Ziel zu definieren und das natürlich sollte ausgehend sein oder sollte definiert sein auf Basis der Vision, die man hat. Also Unternehmen, was habe ich für eine Unternehmensvision? Dazu habe ich auch schon mal eine Folge gebracht, das Thema, und der Bernd Gerob hat da wunderbar auch darüber gesprochen, war auch hier im Podcast bereits schon. Also gibst einfach Bernd Gerob ein, dann findest du das auch. Vision ist zentral, dass ich mal weiß, was ist so langfristig der Zweck des Unternehmens, wo will man langfristig auch hin? Und dann definiert man entsprechende Ziele, wenn die Ziele definiert sind. Und das sind natürlich immer smarte Ziele, also spezifisch, messbar, ambitioniert, relevant und terminiert. Klar definierte Ziele. Und dann muss ich aber auch wissen, wo stehe ich dann heute? Und wie komme ich dann dahin? Und um dahin zu kommen, muss ich natürlich dann auch mich ein Stück weit organisieren. Ich muss wissen, wie bringe ich dich jetzt dahin? Also wenn ich die Führungskraft bin, dann wie bringe ich dich dahin? Das heißt, wer bist auch du? Wer bin ich? Wo stehst du heute? Was braucht es, um dahin zu kommen? Und da muss dann auch entschieden werden. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, ich muss es organisieren. Ich muss organisieren auf Basis der Fähigkeiten, die ich im Team habe zum Beispiel. Und ich muss dann auch entscheiden. Das ist vielleicht auch noch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass ich auch als Führungskraft entscheiden muss. Wenn ich nicht entscheide, ist das tödlich. Ich kann es dann nicht entscheiden, ist auch eine Entscheidung am Schluss, aber das ist sehr, sehr ungünstig für eine Führungskraft. Also eine Führungskraft muss entscheiden. Und dann entscheide ich, dann mache ich, dann muss ich auch kontrollieren. Aber dann auch da, Achtung, eine gute Führungskraft wird immer kontrollieren. Die Frage ist natürlich, wie viel und wie oft und wie intensiv. Ein Stück weit muss ich ja auch vertrauen. Aber um zu vertrauen, muss ich zuerst einmal die richtigen Mitarbeitenden einstellen. Das heißt, ich muss den richtigen Mitarbeiter im Team haben, dem ich auch vertrauen kann. Und um zu vertrauen, muss ich natürlich auch mich ein Stück weit auch austauschen. Also nicht einfach denken, dass es so sein wird, sondern wichtig ist, dass man miteinander kommuniziert. Das ist ganz, ganz, ganz zentral. Dass man gemeinsam wirklich kommuniziert, offen kommuniziert, ehrlich kommuniziert, direkt miteinander auch spricht und nicht alles auf die lange Bank schiebt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und eben, wichtig ist, die richtigen Mitarbeitenden im Team zu haben. Wichtig ist, die Stärken auch zu nutzen. Um die Stärken zu nutzen, muss ich mal die Stärken überhaupt kennen. Ich muss wissen, wer hat überhaupt welche Stärken überhaupt entwickelt. Was steht jedem zur Verfügung? Und dann auch wirklich diesen Spirit, diesen Geist auch drin zu haben, von wegen gemeinsam Ziele zu erreichen, gemeinsam voranzukommen. Und das ist vielleicht auch wichtig, auch Zwischenetappen auch mal zu feiern und sich auch mal auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey, super, haben wir das schon gemeinsam erreicht. Also auch da kann man ganz viel machen, auch an der Motivation, wenn man einfach Gemeinschaftsgefühl auch aufbaut und gemeinsam an einer Sache arbeitet. Und dafür ist einfach wichtig, dass alle die Vision kennen, dass alle die Ziele kennen, dass alle ihren Beitrag kennen oder auch erkennen, was sie beitragen können. Und dass jeder gefordert ist, auf jeder individuell, auf seine ganz spezielle Art und Weise. Nicht jeder hat die gleichen Fähigkeiten. Jeder hat andere Fähigkeiten, die er mit einbringt. Und genau die muss ich erkennen. Also da muss ich dann auch wissen, was bringt jeder mit ein. Und in einem Team ist halt eben wichtig, dass man, Team heißt ja toll, ein anderer macht's. Und das wird ja oftmals so dargestellt, als es ist ja toll, dass der andere das macht. Und ich sage, ja, genau, das ist super, toll, ein anderer macht's. Also Team, toll, ein anderer macht's. Weil ich dann sagen kann, ich mache das, wo ich meine Stärken habe und ich habe auch Schwächen. Und da, wo ich meine Schwächen habe, da weiß ich genau, da hat ein anderer seine Stärken. Merkst du was? Das heißt, meine Schwäche wird praktisch ausgeglichen durch die Stärke des anderen. Und die Schwäche des anderen wird ausgeglichen durch meine Stärke. Also so können wir uns gemeinsam im Team auch ergänzen. Und jeder macht wirklich auch das, was ihn tatsächlich erfüllt, wo er Freude hat. Man tauscht sich aus. Und es geht gar nicht darum, dass alle das genau gleich machen, sondern dass wir unterschiedliche Fähigkeiten hier tatsächlich auch zum Einsatz bringen. Und eine gute Führungskraft, sage ich dir, eine gute Führungskraft erkennt das. Also eine gute Führungskraft erkennt das Team, stellt ein sauberes Team zusammen. Sauber heißt, wo verschiedene Fähigkeiten auch drin sind. Deshalb ein diverses Team ist hier sehr, sehr entscheidend, würde ich sagen. Divers im Sinne von, dass ich weiß, ich habe unterschiedliche Fähigkeiten, ich habe unterschiedliche Typen. Und jeder erkennt sich und weiß auch, was er oder sie dann auch mit einbringen kann. Und setzt dann auch das voll und ganz zum Wohle des Unternehmens, des Teams und des Ganzen dann auch ein. Und ich glaube, eine gute Führungskraft erkennt das und ist ständig auch dabei und setzt sich voll und ganz damit auseinander. Ja, ich kann dir vielleicht auch noch sagen, aus meiner Erfahrung kann ich dir vielleicht noch ein paar Gedanken mitgeben. Und zwar, ich hatte auch als junge Führungskraft hatte ich echte Herausforderungen. Also wirklich ziemlich schlimm. Und das war so, ich erinnere mich noch gerne an die Situation in Deutschland. Da hatte ich einen Mitarbeiter, den ich da entlassen musste tatsächlich nach einem halben Jahr. Und der war an und für sich, mein Vorgänger hätte den eigentlich schon entlassen müssen, hat es aber dann nicht mehr geschafft. Und ich durfte das dann machen und war dann als junge Führungskraft damit natürlich konfrontiert. War gar nicht einfach. Und in Deutschland kennt man es natürlich auch mit dem Betriebsrat. Die standen dann alle geschlossen zusammen gegen mich. Da waren also zehn Leute mir gegenüber, der Mitarbeiter und seine Frau. Und ich als junge Führungskraft stand da ein bisschen in einer schwierigen Situation. Und gleichzeitig haben wir das auch sehr, sehr gut geschafft, weil zusammen mit dem Personal, mit dem HR-Verantwortlichen, zusammen mit meinem damaligen Chef, haben wir das wirklich gut über die Bühne gebracht, weil wir einfach klar darlegen konnten, dass hier dieser Mitarbeiter einfach nicht in seiner Stärke ist und wirklich etwas und einfach sich daneben verhalten hat und konsequent auch daneben verhält und die Chancen, die man ihm gegeben hat, auch überhaupt nicht genutzt hat. Und das war sehr, sehr schade. Und ja, das haben wir dann wirklich dann sauber über die Bühne auch bekommen. Und der Betriebsrat hat das dann auch eingesehen und hatte eigentlich keine Argumente mehr. Mir tat es ein Stück weit auch leid für den Mitarbeitenden, aber er hat mehrere Jahre Zeit gehabt, an sich zu arbeiten und das hat er nicht gemacht. Und ja, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber was hatte das zur Folge? Für mich war natürlich das Vertrauen weg. Das heißt, ich war ja erst kurz dabei, ein halbes Jahr. Und dann hatten meine, die anderen Kollegen sozusagen, die hatten dann, man darf schon sagen, fast Schiss an und für sich von mir. Und haben immer so gesagt, ja, mit dem kannst du ja gar nicht ein Zweiergespräch führen oder ein Vierergespräch sozusagen unter vier Augen. Da muss immer noch ein Dritter dabei sein, weil man weiß ja gar nicht, was da passiert. Also sehr große Verunsicherung war halt wirklich zu spüren. Und ich hatte anderthalb Jahre echte, echte Probleme. Und das war wirklich schwierig, sie zu überzeugen, dass ich ja gar nicht so schlimm bin, sondern dass ich einfach auch nur konsequent bin und dass ich auch will, dass sie erfolgreich sind und auch hinter ihnen stehe. Und dann hatte ich vielleicht auch ab und zu sicherlich den Fehler gemacht, dass ich zu nah, zu viel, zu extrem, also auf sie zugegangen bin und zu viel von ihnen erwartet hatte am Anfang. Und habe dann auch gemerkt, das ist nicht richtig, sondern ich habe dann auch wirklich das Vertrauen gewonnen, indem ich mich intensiv mit ihnen auseinandergesetzt habe und wirklich viel gesprochen habe, viel kommuniziert habe. Und vor allem, das war der entscheidende Punkt, das war dann, wo sie dann gemerkt haben, wenn sie etwas von mir haben wollten, dass ich dann auch geliefert habe. Das heißt, sie hatten dann wirklich Probleme, wo sie selber nicht weiterkamen, da gab es einige Fälle und die merkten, okay, wir kommen selber nicht weiter, fragen wir mal den Christoph, vielleicht schafft er das. Und ich habe das dann halt geschafft, weil ich natürlich ein bisschen einen anderen Zugang hatte zu den entsprechenden, also internen Stellen und habe das dann für sie gelöst. Und dann war das, ich sah das dann auch als meine Aufgabe an, ihnen den Rücken zu stärken. Also echt den Rücken zu stärken und, und das ist das zweite Wichtige, da zu sein, wenn sie mich brauchen und nicht ständig da zu sein. Also wirklich da zu sein, wenn sie mich brauchen, da zu sein, wenn sie, wenn sie rufen, wenn es wirklich wichtig ist, wenn, wenn ein großer Kunden, wenn ein großer Auftrag ansteht oder ein Thema da ist, wo man, wo sie wirklich jemand brauchen, der ihnen eben den Rücken stärkt. Und das habe ich dann auch gemacht, sehr, sehr konsequent und habe dann das Vertrauen wieder gewonnen und war dann, hat ein tolles Team zusammenbekommen. Das war wirklich stark. Wir waren dann sehr, sehr erfolgreich. Das war wirklich wunderbar. Und mein Learning daraus war tatsächlich, stehe hinter den Leuten, stehe, also setze mal die richtigen Leute ein, such die richtigen Leute aus. Das ist mal wichtig, dass du ein gutes Team hast, aber dann stehe hinter deinen Leuten und kontrolliere natürlich, aber nicht extrem penetrant, so dass es denen wirklich auf den Geist geht. Das ist nicht das Thema. Aber sei da, wenn sie dich rufen, sei da, wenn du gebraucht wirst. Und entscheide im Sinne des Ganzen, im Sinne der Vision, im Sinne der Ziele, die zu erreichen sind, aber entscheide und gib Vertrauen. Das ist sicher sehr, sehr wichtig. Und kontrolliere natürlich, aber nicht zu extrem und stärke ihnen den Rücken. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Es hat sehr gut funktioniert. Und ich hoffe, dass dir dieser Gedanke auch noch etwas bringt. Dass du wirklich sagst, in erster Linie die richtigen Mitarbeitenden im Team, das ist zentral. Und dann, wenn die richtigen Mitarbeitenden hast, klare Ziele zu definieren, eng sie zu führen. Es heißt wirklich, sich gut abzustimmen, aber dann auch zu schauen, wo steht jeder Einzelne, was macht jeder Einzelne, wie macht er das? Und Vertrauen auch zu geben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und sei da, wenn sie dich brauchen und entscheide schnell und klar. Und ja, ich glaube, dann kann das gut funktionieren. Ja, habe ich was vergessen? Ich hoffe nicht. Und wenn du noch Anregungen hast oder wenn du sagst, Mensch, da sollte noch etwas ergänzt werden oder da habe ich noch etwas anzumerken, dann weißt du ja, melde dich einfach. Ich freue mich über deine Kontaktaufnahme und in diesem Sinne bis bald. Also, Servus. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.